Hi, Andrzej hier für Tabletblog.de, heute mit einem Testbericht vom Acer Aspire Switch 10, das schon seit einer Weile in Deutschland verfügbar ist. Es gibt zwei Versionen dieses Tablets, die gerade auf dem Markt sind, einmal mit 32 GB Speicher für 349 Euro und einmal mit 64 GB Speicher für 399 Euro. Es wird aber auch eine Variante mit einer 500 GB Festplatte im Tastaturdock geben. Diese ist jedoch noch nicht in Deutschland verfügbar. Das Tastaturdock ist jedoch bei allen Versionen im Preis mit inbegriffen. Schauen wir uns erstmal die Verarbeitung des Acer Aspire Switch 10 an. Das Tablet ist zu Teilen aus Kunststoff gefertigt, allerdings auch nur zu Teilen, denn auf der Rückseite haben wir Aluminium, also haben wir hier eine Aluminium-Rückseite. Dadurch fühlt es sich ein bisschen wertiger als das Asus Transformer Book T100 an, vor allem weil das TN100 eine Glossier-Rückseite hat und hier haben wir so eine, ja, ich würde sagen, angeraute Oberfläche, angeraute Aluminium-Oberfläche und hier drauf sieht man auf jeden Fall keine Fingerabdrücke. Hier oben haben wir dann trotzdem ein bisschen Kunststoff und ich gehe mal davon aus, dass sich dahinter die WLAN- und Bluetooth-Antennen befinden. Auch an der Seite haben wir Kunststoff und dort sind dann auch die entsprechenden Anschlüsse untergebracht. Zum einen haben wir auf der rechten Seite einen Anschluss für das Netzteil, einen HDMI-Ausgang und einen Micro-USB-Anschluss. Hier befindet sich außerdem auch ein Micro-SD-Karten-Slot und ein Mikrofon. Oben haben wir keine Anschlüsse und auf der linken Seite dann ein Headset-Port, einen Power-Button und eine Lautstärkewippe. Unten befinden sich nur die Anschlüsse für das Tastatur-Dock. Kommen wir zum Display. Dieses ist 10,1 Zoll groß, deshalb heißt das Tablet ja auch Switch 10 und hat eine Auflösung von 1366 x 768 Pixel. Wir haben hier also leider keine Full-HD-Auflösung, allerdings kann man das bei dem Preis vielleicht auch noch nicht erwarten, denn es gibt keine anderen 10 Zoll Windows 8.1 Tablets zu diesem Preis mit einer Full-HD-Auflösung. Sonst macht das Display einen ziemlich guten Eindruck, denn es ist vor allem ausreichend hell. Man kann darauf auch draußen recht gut arbeiten. Es ist auf jeden Fall ein bisschen heller als das Transformer-Book T100 und man kann hier drauf gut und klar lesen. Das ist auf jeden Fall erfreulich. Es ist übrigens ein IPS-Display, hat also auch gute Blickwinkel. Kommen wir zum Tastatur-Dock des Acer Spire Switch 10, denn das ist natürlich eines der Besonderheiten. Dadurch kann man das Tablet nämlich in ein Notebook verwandeln. Das sieht dann so aus. Man kann das Tablet aber dadurch nicht nur in ein Notebook verwandeln, sondern man kann es auch verkehrt herum quasi auf das Tastatur-Dock stecken. Das ist besonders dann praktisch, wenn man beispielsweise im Flugzeug in der Economy Class sitzt, denn so verbraucht das Tablet deutlich weniger Platz und man kann trotzdem angenehm da drauf Videos schauen. Das seht ihr hier, wenn man es nach hinten klappen würde, verbraucht es wirklich deutlich mehr Platz, als wenn man es einfach so hinstellt. Man kann das Spire Switch 10 aber auch als eine Art Zelt aufstellen. Das sieht dann so aus, habe ich real aber nicht wirklich genutzt. Etwas schade bei dem Dock ist, dass es sehr leicht ist. Normalerweise ist das ein positiver Punkt, dass ein Dock sehr leicht ist, aber in diesem Fall hat es negative Auswirkungen, denn wenn man das Tablet zu weit nach hinten klappt, also ganz weit nach hinten klappt, so weit wie es geht, dann kippt es um. Das liegt einfach daran, dass das Tablet deutlich schwerer als das Dock ist, denn in dem Tablet steckt sämtliche Hardware, der Akku und so weiter und im Tastatur-Dock sitzt hier letztendlich nichts, außer eben eine Tastatur. Dadurch kippt das Tablet also nach hinten. Das Gute ist, man muss es nur ein bisschen nach vorne klappen, dann steht es sicher. Aber auch hier, wenn man dann ein bisschen zu hart auf den Touchscreen drückt, dann klappert es so ein bisschen hin und her. Also, ja, das liegt eben einfach daran, dass das Tastatur-Dock so leicht ist. Wenn man es dann so hinstellt, ist das natürlich ziemlich sicher. Schauen wir uns das Tastatur-Dock selbst mal an. Wir haben hier eine schickte Tastatur, auf dieser kann man auch recht ordentlich schreiben. Wenn man nur Standard-Tastaturen gewöhnt ist, dauert es, nein, eine Stunde etwa, bis man sich hier dran gewöhnt hat und dann kann man auch hier drauf flüssig und schnell schreiben. Also die Tastatur ist vollkommen in Ordnung. Das gleiche gilt für das Trackpad, ist es ordentlich groß, nichts Besonderes, aber auf jeden Fall in Ordnung. Einige hatten hiermit Probleme, allerdings dürfte das schon mit einem Software-Update behoben sein. Interessant ist sonst noch, dass wir auf der einen Seite einen USB 2.0-Anschluss haben. Hierüber können wir also USB-Sticks oder aber Mäuse und andere externe Geräte an das Tablet anschließen. Sonst haben wir keine weiteren Anschlüsse und das Tastatur-Dock besteht komplett aus Kunststoff. Auf dem Acer Aspire Switch 10 läuft Windows 8.1. Hier gibt es nicht großartig Neues zu erzählen. Es ist ganz normales Windows 8.1 mit einigen Apps, die vorinstalliert sind. Dazu gehört Acer Docs und so weiter, aber auch Apps von dritten Anbietern wie Evernote und Spotify. Schön ist natürlich, dass auch hier Microsoft Office 2013 kostenlos vorinstalliert ist. Und das kann man dann gut mit dem Tastatur-Dock zusammen benutzen. In dem Acer Aspire Switch 10 steckt ein Intel Atom Z3745 Quad-Core-Prozessor, dessen vier Kerne bei 1,3 GHz takten. Dazu gibt es 2 GB Arbeitsspeicher und die besagten 32 oder 64 GB Flash-Speicher. Dieser Intel Atom ist ein 64-Bit-Chip, allerdings haben wir hier drauf weder 64-Bit Windows 8, sondern nur 32-Bit und noch haben wir mehr als 4 GB Arbeitsspeicher, weiterhin nur 2 GB. Also wird diese Technologie nicht wirklich genutzt. Die Performance ist auf jeden Fall in Ordnung, sogar ziemlich gut. Spiele wie Modern Convert 5, Blackout oder GT Racing 2, aber auch sämtliche anderen Spiele wie Angry Birds und so weiter, laufen hier drauf natürlich flüssig. Man kann auf dem Switch 10 aber auch produktive Programme nutzen, wie beispielsweise Photoshop. Wir haben hier Windows 8.1, nicht Windows IT, darum läuft auch Photoshop, aber auch Lightroom und so weiter. Und das kann man auch recht ordentlich nutzen, wenn man nicht zu große Dateien hat oder zu viele Ebenen und zu viel mit einer Datei herumspielt, dann kann man hier drauf ziemlich flüssig arbeiten. Man hat jedoch recht große Grafikdateien, dann wird das vielleicht schwer. Ich würde sagen, für normale Leute kann man hier auch mit Photoshop und PowerDirector oder ähnliche Programme recht gut arbeiten. Grafikdesigner, die an wirklich großen Dateien arbeiten, die würden vielleicht ein bisschen flotteren Prozessor bevorzugen. Sonst, auch Anrefs wie Chrome und so weiter laufen flüssig. Im Browser kann man flüssig arbeiten, auch YouTube-Videos schauen, geht in Full HD ohne Probleme. In Stocken bin ich hier bei dem Tablet wirklich kaum gekommen. Was es zu bemängeln gibt, ist die Akkulaufzeit, denn diese liegt bei rund 7 Stunden im realen Einsatz. Wenn ihr also mal Videos schaut in Full HD, im Internet ein bisschen surft und WLAN durchgängig anriss, die Helligkeit hochgeschraubt ist, dann kommt ihr gut auf 7 Stunden. Spielt ihr hingegen die ganze Zeit Spiele wie eben Modern Combat 5, Blackout, dann dürfte die Laufzeit doch ein bisschen niedriger sein. Aber sonst im normalen Einsatz würde ich sagen 7 Stunden. Es ist ein bisschen niedriger als beim Asus Transformer T100. Da meine ich, dass ihr auf gut 9 Stunden gekommen seid. Das liegt einfach daran, dass hier im Switch 10 ein etwas kleinerer Akku liegt. 7 Stunden sind jetzt nicht schlimm, wenig, sondern in Ordnung für diesen Preis, aber eben auch nicht das Beste, was es da draußen gibt. Insgesamt gefällt mir das Acer Spire Switch 10 aber ziemlich gut, denn das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier auf jeden Fall in Ordnung, wenn nicht sogar ziemlich gut. Denn wir bekommen hier gute Performance, ein gutes Display, ein Tastatur-Doc und das alles für 349 Euro. Ich würde sagen, da kann man auf jeden Fall zugreifen, wenn man denn ein 10,1-Zoll-Tablet mit Windows 8.1 und einem Tastatur-Doc sucht. Das Tablet hier ist natürlich auf jeden Fall auch dann interessant, wenn ihr damit richtig arbeiten wollt. Denn zum einen ist Office-Verinstalliert, aber ihr habt eben auch eine Tastatur und darauf kann man auf jeden Fall bloggen. Das habe ich damit gemacht. Man kann aber auch kleinere Videos schneiden oder eben mit Photoshop ein bisschen herumspielen. Zu aufwendige Projekte mit PowerDirector, also einem Video-Bearbeitungsprogramm oder in Photoshop kann man hiermit dann allerdings doch nicht erledigen. Dazu sollte man sich dann ein etwas leistungsstärkeres Gerät zulegen. Aber sonst, für normale Anwender würde ich sagen, ist das Acer Spire Switch 10 ziemlich gut geeignet. Auch Windows 8.1 gefällt mir auf einem Tablet noch immer. Auf einem Notebook noch nicht so. Aber auf einem Tablet habe ich an dem Betriebssystem hier nichts auszusetzen. Gut, das ist ein Testbericht vom Acer Aspire Switch 10. Ich bin Andrzej für Tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.